Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films 2 zu 1, der am 25. Juli in den deutschen Kinos startet und eine sehr interessante Besetzung aufwartet. Einmal nämlich Sandra Hüller, jüngst, also ganz frisch kann man sagen, aus dem Oscar-Rennen raus. Außerdem noch dabei Max Remelt und Ronald Zerfeld. Das sind alles tolle Namen, aber ein Name, der mich besonders interessiert, ist meine heutige Kollegin, mit der ich den Film bespreche. Das ist die Lida. Hallo Lida! Hallo! Lida, wir zwei konnten uns diese Komödie von Regisseurin und Drehbuchautorin Nadja Brunkhorst schon vorab ansehen. Und du kannst uns eben mal bitte kurz erklären, was erwartet einen denn in dem Film? Der Titel dieser Komödie ist eine Anspielung auf den Geldumtausch, der stattfand, als DDR und BRD wieder vereint waren. Das Ostgeld war bekanntlich nicht so viel wert wie die Westmark. Ja, nur billiges, leichtes Aluminium und das war der Wechselkurs 2 zu 1. Nun sind wir hier in einer kleinen, nicht näher definierten oder doch näher definierten ostdeutschen städtischen Gemeinde, in der die Leute unter anderem eine Art Ménageatoire, die sich unter den drei Hauptfiguren, dargestellt von Sandra Hüller, Max Inmelt und Sondra Zerfeld, nämlich Maren, Robert und Volker, der gerade aus Ungarn zurückgekehrt ist, denn er muss jetzt da ja doch nicht mehr in der Botschaft rumdümpeln, nachdem die Mauer gefallen ist, die sich hier erbringen, die drei werden von einem guten Bekannten, der vorher mit dem Staatssicherheitsdienst zusammenarbeitete, Markowski, Peter von Peter Kurt, dargestellt, dahin gebracht, wo das ganze alte Ostgeld gelagert wird. Kann man ja nichts mehr mitmachen, da es auch ein bestimmtes Material hat, kann man es nicht einfach verbrennen, also liegt es unter der Erde und die drei stopfen sich die Taschen voll, haben jetzt hier aber nur sozusagen Spielgeld in der Hand, da sie ja alle schon ihre Vermögen angegeben haben und man dann nicht einfach ankommen konnte und sagen kann, oh, ich habe ja noch hier 5 Millionen DDR-Mark irgendwo gefunden, so viel hätte sowieso keiner da gehabt in der sozialistischen Republik, aber dann stellen sie fest, hey, Westhändler nehmen ja noch die Ostmark als Zahlung, weil die Westhändler bis auf die allerletzte Sekunde warten, um ihr Vermögen anzugeben und eventuelle Ostgeldreserven, die sie noch haben aus Geschäften, Devisen, whatever, umzutauschen. Also kommen die drei auf die Idee, sich jetzt ganz viele Westprodukte von den Westhändlern mit dem aus den Geldlagern mitgenommenem DDR-Geld zu kaufen und selbige Westprodukte weiter zu verkaufen zu einem etwas niedrigeren Preis, wobei sie aber immer noch Gewinn machen, da das Geld, das sie ausgeben, ja buchstäblich in einem Lager liegt, also sie nicht selber investieren müssen. Und so soll denn der dadurch erzielte Gewinn an diese kleine Gemeinschaft gehen, denn man denkt sich, hey, wir sind ja alle Volksgemeinschaft, Sozialisten, das Geld vom Staat gehört uns, ist ja nur fair, keinem geht es zu gut. Aber wie das so oft ist, nicht nur in der Liebe, auch unter den materiellen ökonomischen Bedingungen gibt es dann Neid und Missgunst. Ich möchte mit einer kleinen Anekdote diese Besprechung starten. Ich war, lass mich, zehn, elf oder zwölf Jahre gewesen sein, da saß ich, glaube ich, zum zweiten Mal in meinem Leben im Garten meiner Großtante und meine Großtante kam und wollte mir was Lustiges zeigen und kam mit so einer Zigarrenschachtel an und machte diese auf und da war allerlei Krimskramps drin, aber tatsächlich auch ein 500, wie heißt das Ostgeld in der DDR? Wie hieß das nochmal? Hilf mir mal auf die Sprünge. DDR-Markt. Das ist ja auch Mark. DDR-Markt. Ja, okay, ich hatte das immer als Ostmark, aber war mir nicht sicher, ob es wirklich so heißt, aber gut. Ich hatte also mal als Kind so einen 500-Ostmark-Schein in der Hand und meine Großtante erklärte mir dann, dass es die eigentlich gar nicht gibt, aber dass es kein Falschgeld sei und ich habe es nicht wirklich verstanden, fand es aber natürlich mal ganz cool, so altes Geld, gerade so 500er in der Hand zu halten und jetzt habe ich eben bei 2 zu 1 gesehen, dass es das keine Einbildung war, einer kindlichen Fantasie, sondern dass es diese Scheine wirklich gab und das war schon interessant genug, dass dieser Film einen gewissen Reiz entfachte. Trotz allem, und jetzt komme ich zu meinem ersten Kritikpunkt, der war mir halt echt mit zwei Stunden wirklich zu lang, weil du halt eben, du hast es schon angesprochen, du hast ja nicht nur diese Geschichte mit diesem, ich nenne es mal, diesem Kapitalismus, der sich da in diesem System ausbreitet, du hast ja auch noch diese Dreiecksgeschichte zwischen Maren, Robert und Falker und ich muss sagen, gerade das fand ich irgendwie nicht so ergreifend, nicht so anziehend, hat den Film eher ausgebremst. Wie war es bei dir? Auch ich hätte mir eine etwas kürzere, straffere Laufzeit gewünscht. Die Geschichte selber war ja durchaus amüsant und auch den Familien- und Liebesplot, der damit eingeflochten ist, fand ich jetzt nicht völlig unerträglich, aber das war dann eben doch, wie du bereits sagtest, zu ausgepatscht, insbesondere weil man gemerkt hat, dass beide Handlungen nicht optimal verflochten waren, also sich oft gegenseitig ausbremsten und auch streckenweise auf der Stelle traten, was einfach unnötig war, dass dann bestimmte Narrative einfach wiederholt werden, obwohl wir längst begriffen haben, worum es hier eigentlich geht. Da hätte man definitiv mehr Tempo reinbringen können und der Film hätte sehr davon profitiert. Ansonsten muss ich sagen, von den Darstellern her hat es mir echt gefallen, den zuzugucken. Also wir haben noch so Namen wie Peter Kurt, Olli Dietrich und natürlich die immer großartige Ursula Werner mit dabei, die alle so Typen darstellen, wo ich auch sagen muss, ja, ich habe da echt viele wiedererkannt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es so etwas typisch Ostdeutsches ist, aber da läuft in diesem Film mehr als eine Figur rum, die mich an meine DDR-Verwandten, nenne ich es mal ganz böse, erinnert haben, schweres Wort. Ich weiß gar nicht, warum, aber das hat bei mir irgendwie schon ausgereicht, die so einen nostalgischen Triggerpunkt irgendwie zu erreichen. Ich bin mir aber unsicher, ob es der Film sich vielleicht nicht zu einfach macht mit dem, was er erzählt. Also wenn es ja wirklich darum geht, dass diese, ich nenne es mal sozialistische Gemeinschaft, so nach und nach diesem Kapitalismus verfällt. Weil ich hätte, weil manchmal dachte ich mir, okay, es hat schon fast was Satirisches, was Beißendes, aber dann war es mir nicht beißend genug. Wie war es bei dir? Ja, mir ging es genauso. Zum einen haben mich da einige Details gestört, sowohl was die Kostüme als auch was die Kulissen anging, denn man hat sehr deutlich gemerkt, dass dieser Film vielleicht drei Schauplätze hatte, die dann immer wieder ins Bild gerückt wurden. Und das fand ich sehr faul bei einer so großen Produktion mit einem relativ üppigen Budget, zumal ja an DDR-Architektur jetzt hier in Deutschland auf der einen Hälfte zumindest kein Mangel herrscht und es jetzt nicht unbedingt Kosten- oder Mühen aufwendig ist, besagte Orte zu finden. Mühen aufwendig, dieses Wort existiert überhaupt nicht. Also entweder ist was aufwendig oder gut, also nicht etwa Kosten oder sonst irgendwie aufwendig ist, diese Orte zu finden. Da hätte man einfach ein bisschen mehr Authentizität, ein bisschen lokal koloriert, einfach ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen können, als so zu tun, als ob diese Leute immer nur vor ihrem gleichen Plattenbau sitzen. Dann war der nächste Punkt, dass die Klamotten einfach nicht stimmten. Die Leute hatten eindeutig Westkleidung an. Und ja, natürlich gab es erstmal einen kleinen Run. Man hat sich vielleicht eine Jeans gekauft oder eine schicke Westbluse, aber niemand hat oder die aller, aller, allerwenigsten erst recht der einfachen Leute, die ja hier abgebildet sein sollen. Es geht ja hier nicht um irgendwelche Bonzen oder Parteigrößen, sondern um die kleinen Arbeiter, die jetzt oft arbeitslos eben sind. Dass die erstmal komplett sich eine neue Garderobe zugelegt hätten mit den vergleichsweise teuren Westsachen, denn das war ja auch eine Sache, die man hier im Film hätte wesentlich deutlicher einbringen können. Wer vielleicht ein bisschen Geld in der DDR hat oder nur ein bisschen erspart ist, der war erstmal zur Hälfte ärmer. Und das ist für Leute, die ja sowieso schon in einer Mangelwirtschaft, im Verzicht gelebt haben, die sehr hart gearbeitet hatten und dafür selten weit kommen konnten, sehr, sehr herb gewesen. Viele hatten eine Karriere, die auf einmal abgeschnitten war. Oft wurden Bildungs- oder Berufszertifikate im Westen nicht als gleichwertig anerkannt. Obwohl, und das sage ich jetzt nicht nur als jemand, der zufällig in der Osthälfte geboren wurde, auch wenn meine Erinnerungen da noch nicht wirklich eingesetzt hatten, viele Ausbildungen oder Schulunterricht und dergleichen im Osten entweder besser war oder zumindest gleichwertig. Also dieser Gedanke, dass alles, was im Westen gelehrt und gelernt wurde, quasi doppelt so viel wert ist wie das, was im Osten Unterricht wurde, das war sehr viele westdeutsche, kapitalistische und imperialistische Arroganz. Und davon merkt man hier leider wenig. Glaubst du denn, dass der Film die DDR ein bisschen romantisiert? Weil wir sind ja zugegen, gerade in dem Moment oder in der Phase, wo sie halt gerade so im letzten, ja, die letzten Atemzüge macht. Also wenn, es ist ja ein schönes Bild, wenn dann hier Uli Dittrich als Bestvertreter da ankommt, so ins Schlaraffenland und hofft da irgendwie jedem sein Top-Set verkaufen zu können. Absolut. Das ist definitiv ein Nostalgie-Film. Es ist jetzt nicht der schlimmste, den man sich denken kann. Aber ich denke, damit muss man einfach leben. Und der Film versteckt es auch nicht wirklich. Hier gibt es zum Beispiel keinen wirklich bösen Menschen. Selbst die Soldaten hier, die DDR-Staatssoldaten, die das ganze Geld da unten bewachen, wo es noch abgelagert wird, in den unterirdischen Stollen, sind eigentlich ganz nett und human. Der eine hier von Peter Kurt verkörpertete, der mit der Staatssicherheit da involviert ist. Genau, Markowski, der ist eigentlich ein ganz Lieber. Auch der Vater der Maren, so wie man das da gesehen hat. Und ein guter Vater, also da gibt es keine Form von Missgunst. Selbst der, sozusagen der Hausspitzel, der immer offenbar derjenige war, der seine Augen auf alle hatte und die dann mitunter an die SED verpfiffen hat, der ist kein wirklich schlimmer Mensch, auch wenn er so ein bisschen karikiert wird. Und so idyllisch war es nicht. Natürlich gab es in der DDR auch einfach ganz viele normale Arschlöcher. Und die, die dann der Partei immer in die Hand gespielt haben, das waren schon richtig fiese Typen. Also das war, und davon merkt man wirklich nichts. Man hat nicht mal so eine Art ganz gewöhnliche Missgunst oder Streit ernsthaft unter den Leuten. Alles löst sich da etwas zu sehr in Wohlgefallen auf. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass in der DDR, also das war nicht nur irgendwie so ein bisschen Überwachungsstaat spielen, wenn da Leute nicht mitgemacht hatten, hatte das ganz reale Konsequenzen. Die sind im Gefängnis gelandet oder deren Karriere, deren schulische Laufbahn, alles war zerstört. Also das muss, nicht zu vergessen, all die Mauertoten und die Leute, die da im Knast saßen und so. Also das war nicht einfach nur ein Spiel dieser Staat. Und genau so sieht es hier aber wieder mal aus. Und wenn wir uns hier gerade die Kindercharaktere angucken, Maren hat zwei Kinder, einen jugendlichen Sohn und Dini, die kleine Tochter. Und da gibt es auch noch einige wichtige, die ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte, kleine Enthüllungen, was die Familienkonstellation angeht. Also das war nicht so leicht, wie es da aussieht. Also ja, es ist zu einem Prozent ein Osteilgiefilm. Aber um es mal so auszudrücken, es ist schon einer, wie ich finde, der besseren. Oder anders auszudrückt, es ist kein Film von Leander Hausmann. Also es ist jetzt kein Stasi-Komödie, wie der vor zwei Jahren hieß, dieser Film. Ich finde, er birgt sich halt so viel auf. Er will irgendwie alles abarbeiten. Er möchte diese Dreiecksbeziehung aufarbeiten. Er möchte die DDR-Vergangenheit aufarbeiten. Es gibt, wie ich finde, eine sehr schöne Szene, wo der von Martin Brambach gespielte Lunkewitz irgendwie halt registriert, für was er eigentlich jetzt jahrelang gearbeitet hat. Die fand ich eigentlich ganz schön. Aber insgesamt laufen da auch echt viele Figuren rum. Und es ist zwar ganz schön, Ursula Werner so als Omi des Wohnblocks da zu sehen. Aber manchmal habe ich mich schon gefragt, was willst du mir jetzt eigentlich erzählen? Ein Film, er drehte sich auch manchmal echt im Kreis, was bei zwei Stunden nicht so günstig ist. Nichtsdestotrotz, es sind halt echt gute Darsteller. Und Ronald Zerfeld zum Beispiel, den ich hier bei dieser unsäglichen Ingeborg-Bachmann-Verfilmung von Margarete von Trotter erleiden musste, hat mir jetzt hier auch endlich mal wieder wirklich gut gefallen. Aber ich weiß nicht, warum. Ich hatte schon mit dem Film, Spaß ist mir jetzt übertrieben, aber ich habe es jetzt nicht bereut, ihn zu gucken. Aber ich denke mir halt, er war schon irgendwie anstrengend, weil er einfach so viel drin gesteckt hat. Und er dann, obwohl er eigentlich das Potenzial dazu hätte, mir als Satire nicht beißend genug war. Aber er wollte halt oft beißen, aber irgendwie hat er die Zähne nicht richtig gefallen. Ich kriege es jetzt gerade nicht besser beschrieben. Das Bild ist schon gar nicht schlecht. Man hätte hier beide Seiten, auch zum Beispiel die Westreaktion auf den Osten, die hier doch sehr rosa-rot aussieht, darstellen können. Oder einfach auch dieses Gefühl, das viele hatten, dass nun die große weite Welt einen theoretisch offen stand, aber man auf einmal nicht die ökonomischen Mittel hatte, sie sich irgendwie zu erschöpfen. Und die Story selbst, die übrigens in Halberstadt spielt und auf wahren Begebenheiten basiert, da hätte man so viel mehr Witziges draus machen können. Und das ist eben der Punkt, dass es eine super Geschichte ist. Denn ganz ehrlich, das erfahren wir im Abspann. Und das ist ein historischer Fakt. Das ist auch kein Spoiler. Sehr, sehr viele Leute hatten sich offenbar an solchen Geldvorkommen, die dann unterirdisch lagern, bereichert. Nicht in enormen Summen, aber doch irgendwie so, dass sie es geschafft haben, ihr Vermögen in gewisser Weise zu erhöhen. Und das Ganze flog dann auf, nachdem irgendwann Geldscheine entdeckt wurden. Ich glaube, es waren 200er oder 300er, die tatsächlich... 500er. 200er und 500er waren es. Das war eben, deswegen hatte man, hatte den halt noch übrig. Die nie in Umlauf kamen. Die nie in Umlauf kamen, sondern die immer nur, deren gesamte Druckscharge direkt eingelagert wurde und die nicht unter das einfache Volk rausgebracht wurden, sodass man wusste, wer so einen Geldschein hat, der kann den nur aus diesem unterirdischen Geldlager haben oder aus anderweitigen Quellen, aber nicht regulär durch den Scheck, durch die Arbeit. Und da hätte man halt wirklich sehr, sehr viel draus machen können. Auch einige niedliche Verbindungen, etwa, dass eben noch die Plütitiere da aus der Fabrik in der Nähe von Halberstadt kommen und das einer der ganz, ganz wenigen DDR-Betriebe ist, die es geschafft haben, im Westen zu überleben. Neben Zetti und Rotkäppchen und einigen anderen. Fallen dir noch ein paar ein? Ja, dieses Fienchen, war das nicht? Felinechen, Felinechen. Die Waffe. Felinechen, ja. Genau. Und Dresdner Stollen, obwohl das, glaube ich, keine Marke ist. Ja, also nett, aber mehr nicht. Also, ich sage mal so, die Liste von Ostfirmen, die pleite gegangen sind nach der Wende, ist halt länger als die, die es geschafft haben. Das ist halt ganz klar. Ja, also, gutes Stolz, Darsteller-Ensemble, eine nette Geschichte, ein übermäßig hohes Maß an Nostalgie, aber alles in allem für Leute, die eine milde Komödie sehen wollen, bei der das Happy End schon am Anfang um die Ecke guckt, verträglich. Ja, ich finde es halt echt schade, weil ich glaube, der hätte mir so viel mehr Spaß gemacht, wenn er ein bisschen straffer erzählt gewesen wäre. Dann, glaube ich, hätte ich dem auch das attestiert, dass das vielleicht so, in Anführungszeichen, die deutsche Sommer-Community des Jahres sein könnte. Aber insgesamt, ja, das ist jetzt schon mal so mein Fazit. Ich fand den echt okay. Ich fand den sogar besser als okay. Ich fand den ganz gut. Ich habe dieser Geschichte gerne zugehört. Du hast ja schon gesagt, die basiert so in Anführungszeichen auf wahren Geschichten. Sie wurde, sie ist vielleicht ein bisschen anders passiert, aber es ist passiert. Das Ende, ich weiß nicht, am Ende nimmt der so einen märchenhaften Hang an, den ich nicht hätte gebraucht, den ich aber jetzt auch hinnehme, hat mich nicht gestört. Alles in allem war das echt ein okayer Film, also ein guter Film. und ja, geht ins Kino, weil immer, Kino ist nie verkehrt, gerade wenn man das guckt, dass gerade, wie heißt es, Fußball heißt es, was gerade so aktiv ist, wo wir es ja aufnehmen. Guckt euch lieber das als Fußball an, sage ich als Nicht-Fußball-Fan. Das wäre mein Fazit zu 2 zu 1. Hast du noch was beizutragen? Nö, also, wenn ihr vielleicht noch irgendwo ein bisschen Geld habt, weil ihr auch damals geschummelt habt, dann genau, gebt es uns. Und wenn dann noch was übrig ist, geht ins Kino, dann, Kino brauchen wir ja auch, um unsere Jobs weitermachen zu können. Das war ein schönes Schlussplädoyer, damit beschließen wir diese Besprechung. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite, www.tele-Stammtisch.de und ihr findet uns auch auf Discord, tele-Stammtisch slash Discord. Und ja, da könnt ihr uns dann gerne auch anschreiben und sagen, hey, was ihr gemacht habt, ist scheiße oder was ihr gemacht habt, ist gut. Wir hoffen, Hauptsache Feedback, so, positives Feedback, natürlich besser als negativ, ist aber egal. Ich sage Tschüss und Liederdicke über das letzte Wort. Tschüss. Ja, ich fordere euch heraus, wer von euch, schreibt es in die Kommentare, könnte jetzt und bitte nicht googeln und schummeln, sondern einfach nur aus dem Kopf all die Persönlichkeiten nennen und so viele waren es nicht, wenn ich mich richtig erinnere, müssten es ja einfach nur fünf gewesen sein, die auf dem DDR-Geld drauf waren. Kleiner Tipp, es war sogar eine Frau dabei. Ja, soviel dazu. Auroba. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus Vielen Dank.